Was mache ich jetzt mit dir, kleinen Mann? Hm? Erzähl mal was. Der Papi muss sein Angebot bei Ebay fertig machen. Mach doch. Ja, egal. Ich putze es erstmal. Ja. Außerdem ist es ganz schön gefährlich, da auf dem Schraubenzieher zu sitzen. Aber ich habe ja schon gesagt, dass du mutiges Kerlchen bist. Ja. Wollt ihr, dem kacke ich jetzt einen Schreibtisch rein? Ja, guck ich den, ey. Hey, du. Kleine Berlin-Männer müssen jetzt aber langsam nach Hause. Was ist das? Das ist Ebay. Aha. Schnicknack. Genau. Oh, da war das Ding. Oh. Ja, da ist klar. Du mich auch. So, willst du jetzt die ganze Zeit der Wissen bleiben? Jo. Will ich. Die ist noch ganz berühmt. Wenn du jetzt noch wie so ein Rohrspatz zetern würdest, ja? Dann würde ich das bei... bei Dings reinsetzen. Bei YouTube. Die ist noch berühmt. Ich denke mal, dass du darauf keinen Bock hast. Bis später mal. Und tschüss.